Gehen wir auf Arosa, einem ganz flotten Sichterituch. Die ganze Welt kennt doch das Arosa Humor Festival vom 15. bis 15. Dieses Jahr, Dezember. Kenn ich euch. Aber die ganze Welt weiss noch nicht, dass ich, Peter Pfändler, auch dort spielen. Und das ändern wir jetzt in Zürich. Schaut euch das mal nach. Kommst du mir schauen? Kannst du noch jemanden mitnehmen? Zwei für eins Aktion. Au, baby, hab viel. Du! Arosa Humor Festival. Kennen Sie? Sehr cool. Sie kennen meine Schuhe nicht, dann reden sie vielleicht anders nachher. Kommen wir von Arosa! Jetzt fahren wir Skifahren miteinander. Der ist Komiker. Also bis jetzt ist es noch nicht so lustig, aber ich kann mal schauen. Kennen Sie den? Ade. Zwei für eins Aktion. Arosa Humor Festival. Danke für euer Humor. Tschau zusammen. Mädels, ihr müsst auf Arosa kommen. Können wir ein wenig lachen? Und sie können sogar noch jemanden mitnehmen. Arosa Humor Festival. Willst du kommen? Du, ich kenne dich. Das ist meine Idee, Heim. Bei dir konnte ich mich nicht schnurren. Du bist also nicht zu weit, weisst du? Nein. Du bist nicht die Arosa am Girllingsspielen. Liebe Leute, es gibt so viele Arten, um sich zu unterhalten und um fröhlich zu sein. Und einfach, dass ich es gesagt habe. Das wird kein Belustung. Arosa Humor Festival. Et voilà. Null im Pettige Hund. Null im Pettige Hund.